Die beiden Themen sind leider wichtig in unserem Kanton, weil es halt einfach immer noch und mit steigender Tendenz ganz viele Betroffene von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt gibt. Und da wollen wir etwas dagegen machen mit den Massnahmen, die der Kanton heute präsentiert hat. Uns geht es mit den Massnahmen vor allem darum, dass wir sensibilisieren wollen. Häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen ist leider immer noch ein Tabuthema, ein Thema, das wir nicht so wahrnehmen, weil es sich im privaten Raum abspielt. Es geht darum, dass Leute, die betroffen sind, direkt betroffen sind oder am Rand betroffen sind, das erkennen, wenn Gewalt stattfindet. Und dann auch entsprechend reagieren können. Und für das braucht es einerseits Öffentlichkeitsarbeit und andererseits aber auch Ausbildung. Gewaltbetroffenen sind häufig nicht bewusst, dass sie häusliche Gewalt erleben. Das ist vor allem bei Formen psychischer Art der Fall, wie ständige Beleidigungen, Demütigungen, ein Verbot, Kontakt aufzunehmen mit Freundinnen und Freunden oder auch ein Verbot oder Kontrollen über die Finanzen. Mit dem Massnahmenplan möchten wir Betroffene frühzeitig erreichen, sie zu informieren und aufzuklären über ihre Rechte. Zudem möchten wir auch Betroffene erreichen, die bis jetzt noch nicht im Vordergrund gestanden sind. Ich denke an Menschen mit Beiträchtigungen oder Seniorinnen und Senioren. Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, können sich zukünftig besser selber auch wehren oder eben Hilfe suchen oder auch Unterschlupf finden. Wir möchten, dass sie auf den Kanälen, die sie kennen, Hilfe suchen, Hilfe finden oder auch selber an einen Ort gehen, wo sie dann geschützte Unterkunft finden. Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele betroffene Frauen oder Mädchen in der Schweiz. Man geht etwa von 22'000 Frauen aus, die betroffen sind oder der Gefahr ausgesetzt sind. Und es ist so, dass strafrechtliche Verfolgungen gibt es fast nicht. Darum ist vor allem die Prävention und das Beratungsangebot sehr wichtig. Und das sind auch genau die zwei Punkte, die der Massnahmenplan vorgeseht. Einerseits versucht man, das Beratungsangebot über die Seges zu verbessern und zu auszudehnen. Und andererseits möchte man gerne bei der Prävention ausbauen. Also das heisst, man möchte im Gesundheitswesen präventiv und sensibilisierend tätig sein. Das bedeutet, dass man eigentlich vor allem die Ärzte, also die Kinderärzte oder Gynäkologen, Hebammen etc. Ganze Spitälern möchte ich darauf aufmerksam machen. Weil das sind nämlich genau die Personen, die konkret Kontakt haben mit Betroffenen oder Angehörigen oder eben auch Komplikationen mitbekommen von Schwangerschaften oder Geburten im Zusammenhang mit Beschneidigen. Und das ist darum sehr wichtig, dass man die Sensibilisierung vornimmt und dass man auch das Netzwerk unter den Fachleuten verbessern kann.